Hallo? Schätzchen, was in Gottes Namen ist denn mit dir passiert? Ich hab in einer Stunde das wichtigste Date meines Lebens und hab keine Ahnung, wie man diese Dinge benutzt. Linda, sag all meine Termine für heute ab. Das ist ein Notfall. Verstanden. Danke. Clarice, ich brauche Mascara, Lidschatten, Glätteisen, Silikone, Haarspray, fünffere Halt und eine Menge schaumfreien Latte Macchiato. Machen wir eine Göttin aus dir!